Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Freunde, und willkommen zurück zu Doom. Letztes Mal war ja ein bürgenholprig, der Part, und irgendwie habe ich mich auch mehr auf, äh, mehr auf Dings eingestellt. Äh, äh, äh. Ich habe mich irgendwie auch auf, mehr auf Dings eingestellt, als auf, na, na, ey. Puh, ha, 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 äh, mehr auf, mehr auf Schlachterei eingestellt, als auf Rätsel suchen, irgendwie so, weiß nicht. Yeah! So, gefällt mir das doch schon viel besser. Ja, du kleine Schlampe. Fick dich doch von da hinten, man. Ja, haha. Ja, ja, ja. Za. Going, going. Wuh, hi! Na, wie bist du denn drauf? Du bist ja aber lustig! Hätte ich zuerst dich platt machen sollen und dann deinen großen Bruder? Nö, hätte ich nicht. Nö, hätte ich nicht. Noch so ein Revenant! Kollege, ich war hier. Bump! Low Ammo, das gefällt uns aber gar nicht. Flatsch! Die Dinger sind mittlerweile einfach direkt weg. War's das? Das hat Spaß gemacht! Das hat sehr Spaß gemacht! Cool. Wo soll's langgehen? Hm, da vorne scheint's Saft zu geben. Nee, was auch... Nee, Moment. Soll ich vielleicht erst mal da lang? Da gibt's nur ein Runendingsi und Armor und HP und da ist eine Energy Cell. Aber irgendwas sagt mir, da kommen wir diesen Part nicht mehr hin. Der Level ist schon wieder so fett. Nice. Hm. Hey. The fuck you. Objectives? Hm. Da, da, da. Hochwagen. Oh, was ist das? Ich will hier einfach mal runterspringen. Ich weiß nicht. Komm ich da hoch? Komm ich da wieder hoch? Irgendwann wieder hoch? Da ist zumindest ein Objective. Hier irgendwo lang. Oben sieht nicht so aus. Das ist kacke. Kann ich hier nicht mit... Guck mal hier. Guck mal. Das wäre so ideal eigentlich. Hier ist, guck mal, hier ist so ein kleiner Schacht. Dann könnte ich mich zu einem Morphball zusammen kugeln. Hier wäre irgendwie so, ne? Ihr wisst, was ich meine, oder? Hm? Ja? Okay. Ne? Ist nicht Metroid. Scheiße. Alright. Äh, dann lass uns doch einfach mal... Ach, der sieht echt nach einem großen Spielplatz aus da unten. Dann kann ich da auch einfach mal lang, oder? Oh, hey. Okay. Puff, puff. Woo-hoo-hoo-hoo. Okay. Dodge this, bitch. Nope. No, 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 no. Ah? Lecker OP. Okay. Ha. Das war's schon. Checkpoint. Ja? Okay. Cool. Ah. Da, 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 da. Ein bisschen Armor ist immer lecker. Das war's noch so. Knowledge is power. Kill five demons with the chainsaw. Kill a revenant while it is in midair. Skeet shot. Nett. So. Well. Sehe ich das richtig? Da darf ich nicht durch. Mhm. Einfach noch eine Runde tiefer springen. Will das Level das von mir? Das grunzt hier so scheiße. Vielleicht sollte ich auch mal zielen. Hä? Now what, bitch? Hässliches Stück Scheiße. Okay. Na, noch jemand? Aber liebend gern, Leute. Berserk! Fuck you, bitch! Gonna get mine! Get out of my way! Du Hurensohn! Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Komm hier! Yes! Oh, oh! Jo. Nah! Piu-Piu! Noch einer? Oh, wow. Du fettes Stück Mist! Ja, ja, genau, du! Volles... Äh? Loll? Hat ihm einfach nur... Boom! Hat ihm einfach nur den Schlauch abgerissen? Das war's? Open Upgrade Point. Wie viele haben wir? Vier. Ja, wir brauchten immer fünf oder sechs. Ein bisschen doof. Rune Trial! Bonus! Eine Sekunde per Hell Relic Collection. Super Shotgun. Inflict Mobility. Was? Provides a significant increase in control over in-air movement after a double jump. Mhm. Collect all 15 Hell Relics and reach the altar. Alright. Rushing, running, running. Probieren wir. In Fight Mobility. Gucken. Zeig mal her. Star Challenge. Nein! Für das Zurückschwenken in der Luft hätte ich dann auch wahrscheinlich eben jene Rune brauchen können. Aber bisher, ich will ja nichts beschwören, bisher habe ich auch keine Gegner gesehen. Also, eigentlich sollte das jetzt weniger das Problem sein. Nein! Crap, 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 Crap! Crap, Crap! No! Aber ich muss sagen, Doom macht keinen schlechten Plattformer-Job. Also, es gibt Ego-Shooter, die können das wesentlich schlechter. Wesentlich, wesentlich schlechter. Das ging gut. Werde ich jetzt so nicht benutzen, glaube ich. Aber wir hingen ja jetzt auch nicht lange dran, also... So what? Don't always follow the obvious path. Being observant can perform mods. There are several ways to learn. Was? Okay. Ah, super. In zwei Sätzen hat der dann einfach gewechselt. Na, egal. Hooray! Dann lasst uns doch mal sehen, was wir noch so finden. Dann haben wir gerade erstmal fast die Hälfte des Parts rum. Oh! 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 Das finde ich ja schick. Increase How Long Demons Remains Stagger, Ammo Received from Demons and Items, Increase Effectiveness of Equipped Items, Launch into a Glorical from much further away, Perform Gloricals faster, Increase How Long Demons Remains in a Stagger Stance, komm, geht doch erstmal so, Equipment Power Upgrade Challenge, Use 30 Equipment Items, Pick Up Cool Na, ey Lass mich raus? Danke Wenn ich das jetzt, ja, wow Those who came before you, and those with whom you serve, all operate with a shame goal in mind, the development of a new dawn for mankind. It is by this guiding principle, working together as a team, that we will elevate ourselves to the next plane of existence Mhm Okay Whatever Ah, da unten Da unten Da unten Da ist noch was Tü 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 Kann ja sein, dass wir neues Spielzeug finden. Was denkt ihr? Ah. Wäre ja auch zu schön gewesen, dass an alten Spots noch neue Sachen sind. Der Alarm? Wo ist das? Ein bisschen Armor, ein bisschen HP. Schadet nie. Schon mal okay. Moni sieht nicht so gut aus gerade. Was ist denn hier? Nein! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Kacke! Ja, das war doof. Gebe ich zu. Das, äh... War... Irgendwie lasse ich mich in letzter Zeit mehr von der Map töten als alles andere. So, tja. Ich wollte doch eigentlich... Eigentlich... ... ... ... ... ... ... Yay! Hm? Hm? Shit, shit, shit! Ja, in your face, bitch! So. Ja, brenn da ruhig lang. So eine Granate fragt dich auch ein bisschen weiter weg. Keine Sorge, Kollege. Yep! Checkpoint! Pape, lecker, lecker. Gibt's hier was Schönes? Oder war das jetzt einfach nur wieder so ein Mumpitz? Mumpitz. Klasse. Ne, 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 ne. Ah? 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 Was ist da vorne los? Sieht doch fast aus. Hier war's. Karte sagt nein. Maps sagt auch nein. Warum wackelt? Hm? Hi. Boing. 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 Was ist denn das alles hier? Witz los! Witz los! Witz los! Ich will stuff! Gimme shit! Witz los! Boing. Boing. Und back on track. Boing. 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 nächsten Mal vielleicht ein bisschen was einstampfen können. Blink out!